und dann gibt es so oft auf den Sack, falls er überhaupt einen Besitz eicht ihm den so aus, dass der leiden wird, dass er nie wieder irgendwas zeugen kann falls er doch überleben kann hast du nicht dasselbe schon da auch bei deinem Bruder gemacht, Felix? was? ey komm! es ist so zum Kotzen, man kommt einfach diese scheißdinger nicht hoch ich war komplett durch, fast ja ich auch ich war da hinten bei diesem einen Jumpler ich war kurz vor, ich war, ich bin bei diesem einen scheiß Fick warum was zum designen die Map zu sagen, wunderschön designt kann man diese auch schaffen, ohne zu brennen, den ersten Sprung ja, ich hab's grad einmal geschafft, ey komm doch! warum, Nullery, warum warum nimmt er nicht einfach es ist nicht mehr wahr es ist es trotzdem guck mal spring auf die Leiter drauf und von der Leiter spring den auf den Netherrack drauf auf den Zaun ja man vom Zaun aus von dem einen Zaun kommt es nicht auf den anderen ich weiß von dem anderen einfach auf dieses auf diesen ey komm! jetzt, jetzt, jetzt kommt der Cheat Mode nein, ich fließe nicht ein nein, du cheat ist jetzt nicht, Kai ey komm ja komm, mach's einfach nochmal ich mach's auch andauernd neu und? ich mach's ja auch neu neuer aber ich meine ich will ja auch kein Cruz Mode reinhauen mach das! ... wer darf man bei die wohnst du denn kommst du endlich Bist du denn? Warte doch mal. Yay. Ich dachte, du willst was essen. Dass du schneller heilst. Ja. Ein goldener Apfel sollte mir genügen. Weil irgendwann sehe ich es einfach nicht mehr ein. An einem Punkt. Ja, genau. Schön in die Lava. Bin ich ja gut. Ich hab's geschafft ohne Cheaten. Ja, mich auch. Ja, ich hab's geschafft. Ey, Mann, das ist nicht mehr mit goldenen Apfel zu schaffen. Ich schwöre, wenn ich dieses Kind hier finde, was diese Map gemacht hat, ich spreng es um. Spreng es so. Ey, warum, warum sprintet der jetzt nicht? Ja, äh, weil mir läuft. Ich hab's ohne Cheaten geschafft. Ja, ich auch. Ja, geh doch mal ab. Hast du das überlebt? Geschafft. Okay, dann warte jetzt aber auch, bitte. Kannst du den Checkpoint benutzen? Ich versuch's noch einmal, wenn ich das nicht schon einfach benutzen, den Checkpoint. Oh, so. Wir können schon mal sehen, wie viel ich hab. Äh, wie viel Frames und sowas. F3? Was? F3? Frames, ja. Ja. Wo ist denn die nach da oben? Hm. Bei mir läuft es 100 Frames. Hä? Warum brenne ich jetzt? Ich hab doch nicht mal die Lava annähernd berührt. Ey, Mann, ich verschrie's einfach manchmal nicht. Ich bin auf dem... Wie heißt dieser? Ich bin auf dem... Ich stand auf dem Soul Sand, hab nicht mehr gebrannt, spring rüber zur Leiter und auf einmal brenne ich dort. Was ist da los? Ich bin auch gerade. Ey, manchmal ist Minecraft so ein verfickter Scheiße. Dieser ganze 1.3.2 Patch macht den nur Scheißdreck. Ich hab' ich noch nichts anstehendes von davon gesehen. Keiner sagt, juhu, Minecraft Patch 1.3.2 ist gut. Hab' ich noch keinen gehört. Ey, fick dich doch. Ich hab dich nicht runtergeschubst. Nein. Nein. Du bist ganz unschuldig. Das werden wir sehen im Blatt. Es werden wir ja sehen, Felix, ob du mich runtergeschubst hast oder nicht. Du hast mich runtergeschubst so direkt so. Nee. Nein. 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 Wie komm' ich nur darauf? Das ist einfach so eine Mahle, weißt du das? Wir sind, wir waren noch quitt. Ey, nein! Taschentücher bei Fuß. Okay, ich hab's geschafft. Ja, du dummes Schwanzgesicht. So, nein, Kreativ-Mode aus. Ey, Mann, das ist so verpackt, dieser Server, Mann. Ich sehe hier überall irgendwelche Monster rumstehen. Das liegt nicht am Server. Nein! Das liegt nicht am Server. Wenn ich überall einen Monster sehe, woran liegt's denn sonst? Och, das liegt an Minecraft. Ich sehe sie auch. Und die ist auch bei offen. Wo muss ich denn jetzt hin, bitteschön? LL 4.5 ist Ende. Super. Ja, hier. Einen weiteren Checkpoint gibt's anscheinend nicht. Raus, raus aus dem Haus. Ja, das kommt ja früh. Geh doch wieder raus. Ach, komm, jetzt kommt der Soul-Zit und jetzt kommt die Lava-Lala. Oh, ich hab doch einen Checkpoint schon geöffnet, du Mann. Bozzel, bozzel, kralalalala. Komm, dir pedig einfach zu mir. Nee, ich seh's nicht ein, ich hab keinen Bock mehr. Diese ganzen Scheiß-Drecks, selbst mit Lava, machen mich so aggressiv. Ja, komm, komm, steh nur. Ey, Mann. Ja, ich weiß ja nicht mal, wohin. Dann sag mir doch wenigstenschein, wo ich los. Nee, ich weiß nicht mal, wo du bist, wo bist du denn? So, bist du blind hier? Ich seh dich nicht. Ja, jetzt, ich hab irgendwas und ich war angeschlagen, es okay, bleib stehen, bleib stehen. Und es lauf, dreh dich rum, warte mal. So, sie sind jetzt wieder. So, dann legst du sie zum Schlafen kurz. Hast du dich schlafen gelegt? Ey, nein, 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 das mach ich schon nur, die Cheat. Oh, kein. Nein, das seh ich nicht ein. Dieses End ist die größte Scheiße. Du gehst nicht ins End. Du gehst doch nicht ins End. Du gehst nicht ins End. Ja, nein, aber das ist da unten, das rausfallen, das seh ich nicht ein. Wenn man einen Skill hat, fällt man da nicht raus. Den hab ich aber leider nicht. So, nochmal vom Anfang. Weil ich seh's einfach nicht ein, aus dieser Dreckswelt zu fallen. Ach so, ich fliege es immer wieder zurück. Ja. Okay, ich fall jetzt aus der Welt. Ey, Mann. Wenn man zu weit bei diesen Scheißblocks ist, bei diesen Waldwasserblocks, wenn man da zu hoch springt, dann fällt man ja sofort raus. Komm, komm. Jawohl. Okay, bei Checkpoint. Bei Level 5.3. So, la, la, la. Ach, fliegst du, fängst du jetzt ins... Okay. Richtigen Weg finden. Okay, du fängst rechts, ich mach... Du machst rechts, ich mach links. Ganz vergessen. Ich mach das, was ich will. Guck, ich mach richtig was. Ey, komm. Wrong way. Okay, ich mach das danach. Ey, nein. Warum fall ich jetzt bei dieser Leiter runter? Hä? Warum bin ich jetzt bei dieser Leiter runtergefallen? Nochmal von vorne. Ab ihn. Hey. Das schafft man einfach nicht. Ich mach das jetzt. Woran du kläglich gescheitert bist. Hä? Wie soll man das denn schaffen? Ich mach das jetzt was... Nein. Sag du mit... Nein. Du schiebst jetzt wieder. Ich schiebst schon die ganze Zeit, falls du das nicht aufgefallen willst. Du fliegst jetzt wieder. Ja. Okay, klar. Weil ich einfach nicht weiß, wie man das denn schaffen soll, ohne, dass man aus der Welt fällt. Das, wo ich grad bin. Wie soll man das denn schaffen? Ich schaff das nicht, wie man in diesem Wasser das kommen soll und das dann noch überleben soll. Das ist nicht einfach... Ach, dies? Ja, genau diese Scheiße. Auch jetzt noch fein. Ach du, ich... Okay, das geht aber. Auf jeden Fall. Ja, okay. Jetzt hab ich sie auch geschafft. Das wird auch ohne Cheat, aber es gab mir wahrscheinlich eh nicht. Das kann sein. Wenn du sagst, dann wird es stimmen. Ich hab zwar natürlich immer in Game-Own-Anhalt, und bin immer schön zum Anfang zu geflogen, weil da hab ich kein Beweis dafür. Little Checkpoint super. Soll ich euch dich warten? Du warte, ich möchtest es ganz schaffen. Ach, du sprichst hier oben schon. Ja, ihr habt ihr warten am Ende. Ja, das war alles Ende. Das ist nur ein kleiner Checkpoint. Ich weiß, aber eben, ich hab ja beim Checkpoint. Ich bin noch nicht, aber am anderen, wo du jetzt schon weiter bist. Okay. Ja, aus Wurst schnicht. Soll ich mal mal meine E-Mails checken. Wie sie noch gleich was der Zeit geschafft. Keine Termine mehr heute. Was sind die Kinder? Die Kinder. Die Kinder. Die. 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 Ah, ich lasse ihn bei meinen, äh, ähm, wo ist das? Leiden Live-Ticker laufen. Ach, wie steht's über 2 Frankfurt? Äh, bisher seht's, es steht 2 1. Hammer nice. Ja, muss man sagen. Für Frankfurt? Ja. Sehr gut. Also, ich kann dir auch gleich sagen, wenn der jetzt mal geladen hat. Ähm, also, Inui hat das erste Tor gemacht in der 13. Minute. Okay. Ocean hat das zweite Tor gemacht in der 18. Minute. Und Westermann hat auf 2 zu 1 verkürzt für den HSV in der 45. Minute. So, ist der HSV nicht momentan letzter? Oder vorletzter? Äh, was ist kann man... Oh, geil. Hamburg hat schon eine rote Karte. Äh, P, Jiracek. Jiracek. Auch ein Deutscher? Weiß ich nicht. Wie den Namen sagt. Also, ich kann, ich, ich geh mal. Freiburg-Hoffenheim. Alter! Bescheidet. Freiburg gewinnt 5 zu 3 gegen Hoffenheim. Ordentlich. Ja, Hoffenheim kackt richtig ab. Ach ja, außerdem, ich hab, ich war ja heute in Frankfurt. Wir waren ja, ähm, Essentesten, weil mein Vater ja bald Geburtstag feiert. Mhm. Und da haben wir sowas gemacht. Und, ja, wir haben den HSV-Bus gesehen. Ja. Mhm. Er stand vor irgendeinem Hotel, glaub ich. Schon wegen so einem Frulenpuff. Kommt hin. Doch, dasselbe. Er macht dasselbe hinaus, schlussendlich. Hui. Äh. Mhm. Ist aber gerade Halbzeit. Hä? Achso. Little checkpoint. Zack. Mh. Oder? Ja. Nein. Nein. Hast du den Checkpoint zugemacht? Nein. War ich so gut. Nichts, bist du runtergefallen? Ja, ich war kurz davor. Okay. 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 Ich hasse Trapdoors Ja, so geht's mir auch Hallo? Oh, du willst ja nicht mehr schminken Ah, jetzt Ach, du machst mal wieder weiter Ja, warum denn? Weil ich's kann Haben wir nicht gesagt, wir warten auf einen anderen Sonst hätte ich die Map auch schon durchmachen können, während du noch irgendwas gehangen bist Ja, okay, ich warte Ich bin ja auch gerade am Zähneausweisen bei diesem einen Scheißding Bist runtergefallen oder was beim Checkpoint? Ja Oh Hast du eigentlich schon alle Ergebnisse mitbekommen? Nein Soll ich dir sie alle vorlesen? Ja 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 Ja